Ja, ich bin wieder in meine alten Trott zurückgefallen und fast zu schnell gewesen, also gebt mir Zeichen, wenn da der Mund willig, ne umgekehrt, der Geist willig und der Mund schwach ist. Wir kommen jetzt zu Römer 4. Jetzt ergibt sich ja die Frage, ja, ist alles sehr einleuchtend, aber wenn man allein durch Jesus gerettet wird, wie war das dann vor Jesus? Also Paulus sieht wiederum jemanden vor sich und der gibt dann diesen Einwand, dass allein gerecht ist und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus. Vers 26. Und nochmals das Kreuz entthronten Menschen. Und übrigens vom Standpunkt der Verderbtheit des Menschen, das Zeitalter der Nationen beginnt ja in Daniel Kapitel 2, wo Nebuchadnezzar da dieses goldene Standbild sieht. Und du bist das Haupt und Israel sollte ja das Haupt der Nationen sein, aber es übernimmt den Götzendienst und so weiter. Und dann ist diese Entwicklung von Gold zu Eisen und da wird es dargestellt als so ein strahlendes Bild. Die Nationen, Humanismus, Egel sei der Mensch, hilfreich und gut und so weiter. Und so haben sich ja gerade auch die DDR dargestellt, das menschenfreundliche Antlitz des Sozialismus. Und dann wird die gleiche Entwicklung gezeigt in Daniel 7. Sozusagen der Blick hinter die Kulissen und da sind es gräuliche Tiere. Ihr habt das ja so weit auf dem Schirm, ja. Daniel 2 und Daniel 7. Und dann diese vier Tiere mit den Löwen und dann den Bären und dann den Parder und dann dieses entsetzliche Tier und so weiter. Und manchmal hinter dieser humanistischen Kulisse bricht dann sozusagen der tierische Abgrund auf. Und das gipfelt ja dann in dem Tier. Was wir nennen den Antichristen ist in Offenbarung 13 im Grundtext Tomegatherion, das große Tier. Ja, und darauf gehen wir zu. Aber jetzt zu Römer 4. Also ja, alles einleuchtend für die Lebenden, aber was war denn vorher? Und jetzt greift deswegen Römer 4, Vers 1, Paulus auf. Was sagen wir denn von Abraham? Unserem Vater nach dem Fleisch, das er erlangt habe. Das sagen wir, ist Abraham durch das Werk gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Also in der rabbinischen Literatur sagt man, Abraham war so ein gerechter Mann, dass ihn Gott hat erwähnen müssen. Und gute Werke tun, um Gott zu versöhnen, das ist typisch eben rabbinisch, jüdisch, weil sie können ja nicht mehr opfern. Die Stelle, wo geopfert werden soll, da steht die Oma-Moschee. Da steht diese goldene Moschee. Und was machen wir jetzt? Ja, Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Opfer, wir müssen gute Werke tun. Und da sieht man, was die Bibel für ein ehrliches Buch ist. Jetzt wurde mal Axel Schweiger, der Autor von diesem Buch, Geschichte und Gott gefragt. Ja, es gibt doch auch Chroniken, nicht nur in der Bibel, sondern auch bei den Assyrern und Babyloniern. Und was ist da der Unterschied? Dann sagte er, es werden nie Niederlagen in den Chroniken der Assyrer und Babylonier berichtet. Die Bibel ist das einzige Buch. Und dass die Bibel berichtet, dass der Vater aller Gläubigen, und er wird in Römer 4 siebenmal Vater genannt, sogar bereit war zu Sarah, da hat er ja ein Kompliment gemacht, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist, sagt, du bist meine Schwester. Also das würden alle anderen weglassen. Dies ist ein sehr wahrhaftiges Buch. Darin ist sie schon einmalig. Aber hier, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird er lohnt nicht, das Gnade zu gerecht, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, den Vers müsst ihr euch merken. Es ist Jahre her, in der Gemeinde von John MacArthur, der Grace Community Church, da hat ein gewisser Jim McCarthy, ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig hingekriegt, weil es gibt mehrere McCarthy, ein Seminar gehalten, Catholics for Christ, Katholiken für Jesus. Und er hat super Methoden entwickelt, und dann hat er das gesagt, was ich nicht vergesse. Also es war ja bis 1961 die Bibel in Spanien und Belgien verboten. Und zur Zeit, der gegen Reformation Besitz einer Bibel mit Galere bestraft. Und Galere war schlimmer als eine Hinrichtung. Es war ein Sterbenverraten. Aber inzwischen hat sich Rom sehr angepasst. Es gibt auch Päpste, die gesagt haben, wir sollen die Bibel lesen und so weiter. Und hat allmählich all die Bibelstellen in sein System hineinbekommen. Aber dann sagte er, da gibt es einen Vers, den kann Rom nicht in sein System hineinkriegen, hineinpressen, wie sehr es auch daran herumdrückt. Und das ist Römer 4, Vers 5. Weil es ist ein System von Werken. Und da sagt er jetzt hier, der Glaube, der uns rechtfertigt. Wenn du Werke machst, dann hast du nicht Gnade, sondern du kriegst aus Pflicht. Jetzt schaut dem aber, der nicht mit Werken umgeht, und möge der Herr schenken, dass das rüberkommt, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Religion heißt, ich versuche mich vor Gott zu rechtfertigen. Ja, ich gehe in die Kirche, ich gebe meinen Almosen, ich gebe Spenden, ich bete, ich bete meinen Rosenkranz, und ich weiß nicht was. Und ich versuche mich vor Gott zu rechtfertigen, und da findest du nie Frieden. Und im Islam wird ja gelehrt, dass von der Geburt an ein Engel zu linken, und ein Engel zu rechten ist, und der Engel zu linken, ich erzähle keine Witze, schreibt all deine guten Taten auf, aber umgekehrt, all deine bösen, und der Engel zu rechten, all deine guten. Und dann wird Allah am Tage des Gerichts abwägen. Und du hast jetzt genügend gute Taten getan. Also bist du ein Leben lang Knecht. Und jetzt hier steht, und das ist das Evangelium, bitte nicht vergessen, glaubt an den, der den Gottlosen gerecht macht. In der frohen Botschaft rechtfertigt Gott den Sünder. Das ist das Einmalige. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Alexander, du bist doch eine Flasche, und du hast doch versagt, und dies und das und so weiter, und dann kann ich sagen, alles richtig. Aber ich habe einen, der hat meine ganze Schuld bezahlt. Ich glaube an den, der Alexander Seibel rechtfertigt. Ich selber kann mich nicht rechtfertigen. Und dann zieht ein tiefer Frieden ein. Das ist die frohe Botschaft, Gott macht den Sünder gerecht. Und das soll von Sokrates gesagt, Ja, ich wäre dankbar, wenn es das gäbe, aber ich weiß nicht, wie es Gott machen sollte. Und auf die Idee kam, wenn jemand das Gott selber das Opfer bringt, und dadurch stellvertretend alle rechtfertigen können, die das annehmen, und sozusagen ihr schmutziges Kleid ablegen, das der hergenommen hat, und reine Kleider bekommen. Also bitte diesen Vers merken, Gott rechtfertigt den Sünder. Das ist die frohe Botschaft. Du brauchst dich nicht mehr rechtfertigen. Und da hat zum Beispiel auch Hans-Peter Reuer gesagt, als er dann wirklich entschieden zum Glauben gefunden hat, und er hatte viele Freunde dort in Salzburg, und er sagte, wisst ihr, was ihr von mir wisst, in Wirklichkeit ist alles noch zehnmal schlimmer. Aber Gott macht mich gottlosengerecht. Und da merkt man, da hat jemand das Evangelium verstanden. Wenn er kommt, na so schlecht bin ich ja nicht, und so weiter. Also das ist hier ein ganz wichtiger Satz, und jetzt kann man sagen, na ja gut, lieber Paulus, das war Abraham, aber Abraham war ja vor dem Gesetz, aber dann haben wir ja mit Mose das Gesetz bekommen, und jetzt haben wir ja eine andere Heilszeit, und da muss es doch anders zugehen, und deswegen zitiert er David in Vers 6. Also jemand, der jetzt 500 Jahre nach Mose kommt, und Abraham ungefähr 500 Jahre vor Mose, wie ja auch David sagt, dass die Seligkeit allein des Menschen, welchen Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zudung der Werke, wenn er spricht, das ist ja auch ein berühmter Buchsalm, selig sind, welchen ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind, und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Also bitte nicht am Tage des Gerichts sich auf eigene Werke verlassen. Und weil ich das vorhin erwähnt habe, mit dieser Sekretärin meines Stiefvaters, vor Gott sind nicht die das Gesetz hören, sondern das Gesetz tun, gerecht, haben wir ja da zusammen gebündelt, dass keiner da gerecht ist. Und dann sagt er eben, wir haben soeben bewiesen, dass beide unter der Sünde sind. Und wenn Leute manchmal sagen, ja, aber die armen Heiden irgendwo, Gott ist ja gerecht, dann sage ich den Leuten, bitte, 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 sich nie auf die Gerechtigkeit Gottes berufen. Dann hast du keine Chance. Und der Gott ist ein Verzehrenfeuer. Warum hat Gott uns gerettet? Weil er gerecht ist? Warum hat Gott mich gerettet? Weil er gerecht, weil er gnädig ist. Da kann sich nur auf die Gnade berufen. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Wenn Gerechtigkeit aus dem Gesetz kommt, sagt Paulus im Galler, der Brief, ist Christus umsonst gestorben. Nur auf die Gnade. Und ich muss praktisch täglich, das ist ja der Bild der Fußwaschung. Wir sind gewaschen, aber Seibel braucht täglich Fußwaschung. Gestern auch da, bei der Autobahn und der Staub und hoffentlich ist da keine Kamera, die da alles mitschneidet und so weiter. Und wir haben ja dieses Beispiel in der Bergpredigt, wo der Herr sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweißsagt, Dämonen ausgetrieben, große Taten getan, die berufen sich auf die Taten. Und er sagt, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ihr Täter der Anomia, der Gesetzlosigkeit. Die haben nicht gesagt, aber Herr, wir haben geglaubt, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Wir haben geglaubt, dass du uns rechtfertigst, weil wir den Schuldbrief abgeliefert haben, weil wir unser schmutziges Kleid gegeben haben und durften Kleiderwechsel, dein weißes Kleid anziehen, wie es der Prophet Zachariah in Kapitel 3 schreibt, sondern sie kommen mit Taten. Und wirklich tragisch an dieser Stelle ist, das ist ein Zitat aus der Bergpredigt, und das Wort viele, Polloi, gibt es in der Bergpredigt nur zweimal. Matthäus 7, Vers 13, der Weg, der ist breit, an die Verdammnis führt und es sind viele, die darauf gehen und dann sagt der Herr, das ist also schon tragisch, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Also das muss ja schon eine globale Bewegung sein, die besonders diese spektakulären Dinge an die Fahne schreibt. und das sollte man sagen, jetzt komm im Herzen, also man beruft sich auf das Tun und nicht auf Tun lässt, alle eigene Kraft sinken, das Kreuz richtet deine eigene Kraft und im Glauben erfasst du die totale Rechtfertigung und weißt, der, der mein Ankläger ist, der Staatsanwalt, wird auch mein Verteidiger, der den Gottlosen gerecht macht. Das ist der himmelweite Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Gott rechtfertigt den Sünder. Das ist eine frohe Botschaft. Aber wenn es keinen Sündenbegriff gibt, kann man ja damit auch nichts anfangen. Also er geht jetzt zu David, selig sind, welche in Ungerechtigkeit vergeben sind, welchen ihre Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, welchen der Herr die Sünden nicht zurechnet. Und jetzt erklärt er, wie diese Seligpreisung bei dem Abraham galt, als er noch nicht beschnitten war und damit wird vorausgesagt, es gilt für die, die beschnitten sind, also die, die den Rat des Gottes kennen und die Unbeschnittenen. Und so sollte er, Vers 12, auch ein Vater werden der Beschnittenen, deren nämlich, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Vers 13, denn die Verheißung, dass er sollte der Welterbe sein, ist Abraham, durch seine Nachkommen, nicht geschehen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Das Gesetz kam ja erst Jahrhunderte später. Und jetzt, denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgedan, denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Also, die mit den Gesetzeswerken umgehen, schreibt Paulus an die Galleter, sind unter dem Fluch. Denn verflucht ist jedermann, der nicht alles hält, was in diesem Gesetz geschrieben steht. Also bitte nur auf die Gnade berufen. Aber ich darf euch sagen, wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt, dann sagst du nur noch, wehe mir. Und du verstehst auch, warum Gott so ein, oder begreift, in etwa mit dem Herzen, so ein Opfer zahlen musste. Es braucht einen Ewigen, um dich da herauszuholen, dich zu retten. Und jetzt schaut, der halben Vers 16, muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf das sie sei aus Gnaden und die Verheißung, festbleibe allen Nachkommen, nicht denen allein, die unter dem Gesetz sind, sondern auch denen, die des Glaubens Abraham sind. Dies ist uns aller Vater. Wie geschrieben steht, Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der, der lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Ja, Moment einmal. Wissen wir von einer Totenauferweckung zur Zeit Abrahams? Abraham tat kein Zeichen. Und es ist ja tatsächlich so, der Glaube, der durch alle Generationen Menschen gerechtfertigt hat, vor und nach ist es, du musst glauben, dass Gott Tote lebendig macht. Das ist das größte Wunder, weil du kannst manches in eigener Kraft, aber dass du ewig leben sollst. Jetzt gibt es zwar ein Unsterblichkeitsprogramm bei diesem World Economic Forum, man lädt auf Computerbewusstseinsinhalte, man will sozusagen den Tod überwinden, es ist ein Turmbar zu Babel, der da zum Teil abläuft, aber da bist du mit deiner Kraft am Ende. Und wenn du sagst, ich habe ewiges Leben, dann hast du deine Kraft völlig losgelassen und traust dem, der Tote lebendig macht. Ja, aber Moment einmal, wieso, wo war das bei Abraham der Fall? Wieso ist er der Vater aller Gläubigen? Wieso ist das der Glaube, der in Abraham war und auch uns rechtfertigt? Also noch einmal, wenn ich an Moslem sage, ich habe ewiges Leben, dann denkt er, der Mensch ist furchtbar eingebildet und wie will der denn wissen, ob er genügend Werke getan hat? Wir wissen, wie es läuft. Der 1. Johannesbrief sagt uns sogar, wenn wir das nicht wissen, machen wir Gott zum Lügner. Das ist hochinteressant. Und wieso hat Abraham geglaubt, dass Gott Tote lebendig macht? Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Wölger vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und dieses Thema Tod leben kommt ja dann viel stärker in den nachfolgenden Kapiteln, das hier eingeführt wird. Und worin bestand das? Und hat geglaubt, auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Was soll das wieder heißen? Auf das er für den Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, so soll dein Geschlecht sein. Schaut, Abraham wurde dein Sohn verheißen. Naja, wenn du einen Pärchen, das frisch verheiratet ist, sagst, ihr werdet einen Sohn bekommen, da braucht man nicht unbedingt viel Glaube. Das ist ein ziemlich natürlicher Prozess. Aber dann wurde die Sarah unfruchtbar. Und dann hat man leider versucht, mit besten Absichten, das heißt, das nicht richten, mit besten Absichten. Deswegen nicht richten über die Motive, aber die Geister müssen wir prüfen. Alles müssen wir prüfen. Dann hat versucht, Gott nachzuhelfen. Und da kommt ja dann der Ismael. und dann wurde der Abraham unfruchtbar. Jetzt kann man sagen, so, also Abraham, vergiss es, dann glaube offensichtlich Illusion. Und jetzt kommt das Vorbild Abrahams, dass er sagte, nein, ich werde einen Sohn haben. Egal, was die Menschen denken, ich weiß, mein Gott ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Und er hat meinen Sohn verheißen und das glaube ich. Und es gibt einen gewissen Slang, so sagt es Franziska Schäfer im Englischen, da bezeichnet man den erstorbenen Leib einer Frau mit einem Koffin, also mit einem Sarg. Und Abraham war erstorben und jetzt war Abraham vom Standpunkt der Fruchtbarkeit ebenfalls erstorben und jetzt stand nur noch die Verheißung da. So ähnlich wie der ist gestorben, sichtbar, der andere ist gestorben und jetzt sollen wir glauben, dass wir ewig leben werden. Was haben wir da? Haben wir da was Sichtbares? Und jetzt der Glaube Abrahams, er war nicht schwach im Glauben. Jetzt ist ganz wichtig, das muss ich Seibel selber auch sagen, sah auch nicht an seinem eigenen Leib, welcher schon erstorben war, dass man auf sich schaut, was diese Arbeitsverbindungen, dieser Korpus weniger Delicatus soll ewiges Leben haben, soll ewig leben, geht ja gar nicht. Und zur Auflockerung, ihr kennt den Verfallssatz von Heinz Erhard, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Und Verfall, der Leib ist nicht erlöst. Und dann gibt es noch diesen Spruch, das Alt ist ein schlimmes Haus, sehr viel beginnt zu wanken, dem einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken, mir geht derzeit beides aus, Randbemerkung, kann ich mal locken. Und was, du willst ewig leben, schau dir mal an, wie du aussiehst und so weiter, die Schwärmen haben vielleicht Erscheinungen, du hast Alterserscheinungen und, und, und. Und jetzt blickt Abraham nicht auf sich und du wirst ja nie Heilsgewissheit bekommen, wenn du auf dich blickst. Und womöglich auch mit der Doktordiagnose und Blutdruck und, und Leberwerte und, 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 ich weiß nicht was, sondern auf die Zusage Gottes und in dieser Zeit, wo so vieles zusammenbricht, das ist das Einzige, das dich hindurchträgt, das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, die Gefühle werden weg sein und darin gab er Gott Ehre, er war nicht schwachen Glauben sah nicht in seinem eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100 Jahre war, noch den erstorbenen Leib der Sarah, dass man sagt, naja, ich möchte auch glauben, aber wenn ich mir da anschaue, diese, diese sogenannten Christen und, und, und da ist auch schon mehr oder weniger der Tod im Topf und hätte er sagen können, es funktioniert nicht, lieber Gott, es, ich habe es versucht, aber der Zug ist abgefahren und jetzt sagt Abraham gegen alle Erfahrungen, nur Gott vertrauend, ich werde einen Sohn haben und jetzt sagt, wir haben das mit Isaac übersetzt, heißt das, um man lacht, so auflacht, und das war der Glaube Erwärts, er glaubte, dass Gott tote lebendig macht, das muss der Glauben, wenn er einen Sohn hat, aus seinem erstorbenen Leib kommt das neue Leben, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, das ist ja auch so wichtig, von 1. Johannesbrief, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nichts hat, hat das Leben nicht, solches habe ich euch geschrieben, der Glaube an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, da steht im Grundtext Wissen, es stimmt nicht, was die Welt sagt, Glaube heißt nichts Wissen, wir müssen Heilsgewissheit haben, sonst machen wir Gott zum Lügner, wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat ein solches Zeugnis in ihm, 1. Johannes 5, Vers 10, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat, von seinem Sohn, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und solches Leben ist in seinen Sohn, wer den Sohn hat, der hat das Leben, der auch aus relativ konservativen Hochschule, viele waren katholisch, prächtige Menschen, und du glaubst an Jesus, ja, hast du ewiges Leben, kann man nicht wissen, und versteht ihr, jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, gleich stürbe, und werde leben, und glaube, ich werde niemand mehr sterben, jetzt sagen die Leute, ich glaube an Jesus, hast du ewiges mein lieber Gott, hast du gesagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, so steht es auch in Johannes 6, Vers 38 oder 37, aber kann man nicht wissen, und deswegen, weil hier Abraham erzweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern hat starken Glauben und gab Gott die Ehre, und dann hat er sich hingestellt, ich werde einen Sohn haben, und so soll er sagen, ich werde ewig leben, warum, weil ich das verdient habe, weil ich so gut bin, überhaupt keine Chance, weil es mein Gott gesagt hat, und mein Gott kann nicht lügen, und damit wird er zum Vorbild, und er wusste aufs aller Gewisseste, was er verheißt, das kann er auch tun, darum ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, das ist aber geschrieben, nicht allein um seinen Willen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseren Willen, welchen es soll zugerechnet werden, wenn wir glauben, an den, der unseren Jesus von den Toten hat auferweckt, und Gott hat dann in Jesus gezeigt, dass er sichtbar Tote lebendig macht, welches um unser Sündewillen dahingegeben und unsere Rechtfertigung Willen auferweckt, also zu allen Zeiten wurden Menschen gerettet durch den Glauben an den Gott, der Tote lebendig macht, und das hat er dann in Jesus sichtbar demonstriert, und ein anderes einmaliges Beispiel, ist Hesekiel 37, die Totengebeine, das werden wir dann morgen auch erwähnen, und da war dieses Totenfeld, und dann stellt Gott die entscheidende Frage, meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und hätte man euch am Ende des Zweiten Weltkriegs oder 45, sechs Meter gesagt, Israel wird auferstehen als Staat, und wo ja dann diese KZs und die Leichen und all das Entsetzen das Licht kamen, geht nicht. Gebraucht einen Verstand, unmöglich. Und der Prophet wagt die Antwort nicht zu geben, er tritt die Flucht zu Gott an, sagt, Herr, du weißt es, und Gott zeigt an Israel, er macht Tote lebendig. Du hättest für Israel kein Pfiffling mehr gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt steht es da. Und Gott zeigt uns sogar neben der Auferweckung Jesu, Gott macht die Toten lebendig. Er tritt den Beweis an, er ist der lebendige Gott und das ist die frohe Botschaft, das ist die Genialität, Einmaligkeit in der Bibel. Theo Lehmann nennt ja den Paulus einen der größten Denker, er blickt verachtend auf seine theologischen Pfarrer und Freunde herab, die meinen, sie sind schlauer als dieser Mann Paulus. Und dann Römer 5, Vers 1, So wir gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das sind Verheißungen durch den Glauben, im Glauben erfasst, nicht in den Werken. Und dadurch haben wir den Zugang zu dieser Gnade. Und ich möchte mit zwei Dingen abschließen. oder vielleicht drei. Dieser Jim McCarthy, der hat dieses Catholic for Christ, dieses Programm hatte. Und er hat uns erzählt, in dieser Grace Community Church, hat uns erzählt, wie er mal eingeladen war von einem katholischen Ehepaar. Die ihren Glauben ernst genommen haben, aber merkten, es erfüllt nicht. Und dann hörten sie von diesem Jim McCarthy und dann haben die ihn eingeladen, er hat sie besucht und da waren nicht ein Ehepaar, sondern vier. Und da hat man erst Nettigkeiten ausgetauscht und dann kam das Thema, was geschieht nach dem Tode und dann sagte diese Lehrerin, die ihn eingeladen hatte, das kann kein Mensch wissen. Und dann sagte er, haben sie eine Bibel, schlagen sie auf, 1. 5. Vers 13. Den Vers müsst ihr katholische Missionare getroffen, prächtige Menschen, aber nach offizieller Lehre darf man keine Heilsgewissheit haben, auch der Papst muss ins Fegefeuer, da habe ich denen gewöhnlich erst Johannes 5, Vers 10 bis 13 aufgeschrieben und auch 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1, so muss ich sagen, auch ein ganz wichtiger Vers, da sagt Paulus, wir wissen, nicht wir hoffen, Eudamen im Kirchen, wenn unser erdisches Haus zerfällt, haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das Ewige ist im Himmel, weißt du das? Und wenn einer echt Kind Gottes ist, sagt er ja. Und dann begann die zu lesen, lesen sie 1. Johannes 5, Vers 13, begann sie zu lesen, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Dann hat er gesagt, zeigen Sie mir Ihre Bibel, schaut hinein, lesen Sie es noch einmal, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr das ewige Leben habt. Die hat viermal gelesen und ein Wort, wisset, nicht gesehen. Und das erwähne ich deswegen, dahinter steht eine Macht der Verblendung, die will, dass du nicht weißt, dass du ewiges Leben hast und damit Gott dir Ehre gibst. Wenn Seibel sagt, ich habe ewiges Leben, ich bin der Letzte, der mir deswegen Verdienst zurechnen kann, Gott die Ehre, nein, mein Gott hat es gesagt und mein Herr kann nicht lügen. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und das ist dieser befreiende Glaube und wie gesagt, da haben wir es mit einer geistlichen Macht zu tun und deswegen ist es so wichtig, dass wir vom Wort her Gott die Ehre geben. Und weil ich Theo Lehmann erwähnt habe, ich war noch frisch bekehrt und wohnte noch in Wien und da war im Spiegel ein Artikel über einer der vielen Widersprüche, schrieb ein gewisser Johannes Lehmann, sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Und das ist mir zum Segen geworden, weil ich glaube, Widersprüche sind nicht in der Bibel, sondern in unserem Herzen und haben mir die letzten Worte Jesu angeschaut und da bin ich draufgekommen, erstens, es ist nicht nur kein Widerspruch, es hat auch eine Botschaft. Also um es ganz kurz zu machen, Matthäus und Markus berichten den ersten Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es nur, er schrie abermals laut und verschied. Und Lukas berichtet den zweiten Schrei, er rief mit lauter Stimme, da steht auch Megale von Ne, lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dieses letzte Wort, Johannes 10, Vers 30, der Telestai, da steht nicht er rief, da steht Alpen, er sagte. Also meiner Erkenntnis nach hat Jesus laut gerufen, Vater, ich befehle meinen Geisten deine Hände und er sagte dann mit einer leisen, womöglich sprechenden Stimme nur ein Wort bezahlt. Und Johannes berichtet das, weil er war der Einzige, der vor dem Kreuz stand. Und dann habe ich gerne mit diesen sogenannten Widersprüchen und mehr Details evangelisiert. Weißt du, steht über dein Leben der Telestai bezahlt. Und dann sagte mir Theo Lehmann, dieser Johannes Lehmann, der diesen Artikel da mit, also mit übersetzt, auch von NT 68, war sein Bruder, der Ältere. Hat Theologie studiert, seinen Glauben verloren. Ich habe noch das, ich habe noch diesen Satz von Theo vor mir, das hat seinen Vater Steve getroffen und wie als Kind aus von meinem Elternhaus oft sehr begabt, der hat sehr brillant formulieren und Sendungen machen können im Fernsehen, in Radio und schrieb Bücher, das Geheimnis des Rabbi J, des Rabbi Jesus und das wäre Qumran und Jesus war so ein Essener Jünger und ist dann damals auch in den 60er Jahren schon da Richtung Syrien geflogen und so weiter. Und ich habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Aus demselben Stall der eine wird Tausenden zum Segen und der andere wird Zahllosen zum Verhängnis. Er hat gesagt, er ist so gestorben. Er könnte verrückt werden. Und wie sehr das Evangelium Menschen verändern kann und damit schließe ich ab. Und vielleicht sollte ich noch sagen, nachdem Paulus all das darlegt, wer dieser Jesus ist, wie er Tode lebendig macht, was der richtige Glaube ist, bis zum Ende von Kapitel 11, dann erst ruft er in Kapitel 12 zur Bekehrung auf, gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer. Weil heute hat man schnell einen Jesus, nur es gibt auch einen anderen Jesus, laut 2.5.11.4. Komm zu Jesus, er macht dich glücklich, er macht dich gesund, er heilt dich. Ja, wer kommt da nicht? Wie in Johannes 6 wollen sie ihn zum König machen, weil er speistete 5000, er heilte die Kranken, lesen wir am Anfang des Kapitels. Und dann am Ende muss der Herr fragen, wo es dann um den wahren Jesus geht und um das wahre Wort und die wahre geistliche Speise wollte er auch gehen. Und dann kommt die berühmte Antwort, ihr kennt ja, Herr, wohin soll wer gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und die blieben bei ihm um seiner selbst, um seines Wortes will, nicht wegen der Heilungen und der anderen Vergünstigungen und dergleichen. Und wie aber dieses Evangelium Menschen verändern kann, das hat mir ein Brasilien-deutscher Bruder erzählt, ein gewisser Peter Unruh, der konnte sich den Namen leisten, weil er war ein sehr feiner Bruder und in Brasilien weiß man ja nicht, was Unruh heißt. Und er erzählte mir die Geschichte von einer Prostituierten namens Marilda. Und das hat mich so bewegt, ich habe das nicht vergessen und habe es hin und wieder auch erzählt. Die hatte Aids und dann war seine Gemeinde gespalten. Ein Teil sagte, das ist so schmutzig, damit haben wir nichts zu tun. Und der andere sagte, ja, ihr Christen, erfreut euch eures Heils und lasst die anderen dann praktisch zugrunde gehen. Und da hat er sie aufgesucht und sie wollte von ihm geheilt werden. Wenn man brasilianische Fernsehen einstellt, da hat es jede Menge christliche Gruppierungen und da geht es um Heilung, um Erfolg, um Geld und so weiter. Die schnellstwachsende Egritische Universal, der Reno de Deo und da der Begründer, Bisco Macedo, war vorher Lotterielosverkäufer und ist jetzt Multimillionär. Ist praktisch der reichste Mann von Brasilien geworden und du hast die gleiche Möglichkeit, also Geld, Erfolg und so weiter. Ein reines Wohlstandsevangelium. Und sie wollte von ihm geheilt werden. Dann hat er gesagt, du wirst sterben. Darauf hat sie ihn rausgeschmissen. Sie musste wieder ins Krankenhaus und die Ärzte sagten, keine Chance, kannst du einen Sarg bestellen. Da hat sie ihn gerufen und dann durfte er im Zeitraum von einer Stunde das Evangelium erklären. Und sie wird gesagt haben, aber ich habe doch alles getan, was Gott verboten hat. Und wahrscheinlich hatte er gesagt, ja, in meiner Bibel steht die Zöllen, Huren kommen wohl eh ins Reich Gottes. Jesus starb für Sünder, nicht für Gerechte. Und wahrscheinlich auch die Stelle aus Jesaja 1, das ist eure Sünde Blutrot, soll sich nie weiß werden. Er ist für deine Schuld gestorben. Er kam für Menschen mit dich. Und sie muss durch Gnade Gottes das Evangelium verstanden haben. Und weil er Pastor ist, durfte er sie besuchen. Also Pastor in der Intensivstation. Und als er dorthin kam, riefen die anderen Frauen, was hast du mit der Marilda gemacht? Sie ist nicht mehr zu erkennen. Sie lebte dann noch drei oder vier Wochen und als sie gestorben war, riefen die Ärzte bei dem Peter Unruh an und sagten, wir haben noch nie einen Patienten so sterben gesehen. Was haben sie mit dieser Frau gemacht? Wir wollen sie kennenlernen. Also es erinnert an Johannes 21, damit sollte er zeigen, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Manche haben nicht durch ihr Leben und Wunderheilung, sondern durch die Art und Weise, wie sie starben, Gott verherrlicht. Und die Marilda sagte zu den Ärzten, macht euch um mich keine Sorgen. Ich gehe zu dem guten Hirten, ich erwartet auf mich mit ausgebreiteten Armen, ich bete für euch, dass ihr auch den guten Hirten findet. und da waren die sprachlos. Die haben Leute erkannt, die sie womöglich verflucht haben, weil die ihnen nicht mehr helfen konnten und da hat jemand sein Totenhemd an und sagt, macht euch keine Sorgen, ich bete für euch. Das war so ein Zeugnis. Versteht ihr, warum Paulus sagt, ich schäme mich nicht, dass jemand, der so ohne Hoffnung ist, mit so einer Hoffnung stirbt und noch so ein Zeugnis wird. Und dann habe ich mich selber gefragt, zwar läuft ja noch meine biologische Maschine relativ gut, aber irgendwann ist es vorbei, wir haben ein Verfallsdatum. Wer ich dann auch sagen, macht euch von mich keine Sorgen? Das vermag die Gnade Gottes. Er zweifelte nicht durch unglaubliche Verheißung Gottes und wusste aufs allergewisseste, was Gott verheißt, kann auch tun. Wer nicht glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, wir haben die Gewissheit, gerade auch wenn ich hier das sage, dass wir uns wiedersehen werden in der Ewigkeit. Wenn wir uns kaum kannten, vielleicht auch nie mehr sehen werden, aber es ist diese einmalige Botschaft und können ja sagen, vergib, wo wir uns dessen geschämt haben. Und habe Dank, dass du auch noch heute wirken kannst, über Bitten und Verstehen. Tote lebendig machst. Ja, wir sehen es an dem Beispiel Israel. Ein Volk wird an einem Tag geboren. Du bist der Gott, dem nichts unmöglich ist. der Gott allen Fleisches und so Grabe sind unsere Herzen, Herr. Dein Wort ist wahrhaftig. Du bist der Lebendige und du bist der Gott, der wiederkommen wird. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Deine Worte werden nicht vergehen. Segne du meine Zuhörer, stärke du sie im Glauben und gib, dass sie auch dir viel Frucht bringen dürfen zu deiner Verherrlichung. Amen. Also ich habe jetzt noch folgende Hinweise. Habe ich schon vorgestellt, samt Verführung der Gemeinde vielleicht besonders auch hilfreich ist, der Anhang hat die Gemeinde einen Heilungsauftrag. Viele sagen, ja, wir sollten mehr Glauben haben, mehr Vollmacht, dann würden Leute auch gesund werden. dass Gott heilen kann, das ist keine Frage. Und auch der brillante Mann William Auwenil, wer kennt übrigens den Namen? Ein Jahr jünger als ich, der ist ja, der hat mir noch die Zusammenhänge erklärt, über am Ende der Tage, warum eine Bewegung kommt, die aussieht wie die Urgemeinde und der ist dann diesen Tibi Joshua, ich muss jetzt so sagen, auf den Leim gegangen, der jetzt mit Schimpf und Schande gestorben ist, ans Licht gekommen, sexueller Missbrauch und so weiter und und der hat ein Buch geschrieben, heilte Kranken und da zitiert der Lukas 10 Vers 10 und da steht tatsächlich Therapeute Imperativ Plural, also Befehlform, zweite Version und auch Matthäus 10, da steht ein Befehl, nur da war Jesus noch unter seinem Volk, das ist noch der alte Bund und das hat dann doch vielen geholfen und das ist ja kaum vorhanden, dass man einen Überblick hat, im Alten Testament wird das Heil angekündigt, es beginnt mit 1. Mose 3,15 er wird dir den Kopf zertreten, dieser Übermensch der da kommt und Jesaja 53 und so weiter in den Evangelien wird das Heil vollbracht, also im Alten Testament angekündigt, in den Evangelien verbracht, in der Apostelgeschichte verkündigt, in den Briefen erklärt und in Offenbarung vollendet, dann wird kein Schmerz, kein Leid mehr sein und so weiter, Gott wird abwischen alle Tränen und in den Briefen haben wir keinen Befehl mehr, wir sollen beten für die Kranken und der Herr sagt auch in dieser berühmten Rede scharfe Böcke ich war krank und er sagt nicht er hat mich nicht geheilt er hat mich nicht besucht und da waren einige Leute wirklich total empört eigentlich später Hane dass die Kirche hier versagt hat als man wegen Lockdown-Maßnahmen die ja reines Politikum war wie man inzwischen weiß auch verboten hat Kranke zu besuchen und Einsamkeit ist der größte Killer er sagt das haben nicht mal die Nazis gemacht also das hat vielen geholfen weil sie dachten ich und da hat sogar Joyce Meyer zugegeben sie sagt das jetzt so nicht mehr wenn eine Mutter zu ihr kommt und der Kind ist krebskrank dann hat sie früher gesagt du hast zu wenig geglaubt aber dann zitiert sie der der dem ruf was nicht ist dass sie sei das praktiziert sie jetzt aber das ist Gott Gott nur kann dem was nicht sei rufen dass es wird nicht Alexander Seibel also da hat man auch ein Durcheinander also das ist hier erklärt und dann hier habe ich ein Exemplar und da berichtet Wolfgang Bühne hast du es gelesen wie er Alexander Seibel kennenlernt ich kann mich noch genau erinnern in Winterthur das muss das muss das muss 76 gewesen sein oder so und dann sagte er und da seht ihr ihr könnt für mich beten also hat sich wenig geändert er überschüttete mich mit Informationen mir rauchte der Kopf ich komme mehrmals vor aber hier werde ich gleich richtig erkannt und das letzte was ich hier noch anbiete ist oder wo ich besondere Reklame mache ist Peter Hahne ist das eier ernst er ist ja ein brillanter Rhetoriker und das Buch ist so beliebt weil er spricht das aus was die meisten denken aber sich nicht mehr inzwischen trauen zu sagen eine Umfrage hat gezeigt mehr als 50% der Deutschen haben eine Schere im Kopf weil sie ihre Meinung sich nicht mehr trauen öffentlich zu sagen und da schreibt Wolfgang Bühne zu diesem Buch von Peter Hahne unsere ganze Kultur droht zum Spiegelbild dieses versifften Lebensspiel zu werden wie viel geistigen Müll müssen wir sehen hören von den ganzen Kathedern und so weiter so treffen sich wie so manches Mal in der Geschichte Idiotie und Ideologie er erklärt es als den Privatmann und verbünden sich zu einer neuen Abschaffsgesellschaft dem Grundgesetz und der Gerechtigkeit weg mit der Freiheit der Sprache und der Kultur weg mit dem Grundgesetz und der Gerechtigkeit weg mit Gott und seinen Geboten wir schaffen das wir haben ganz oben im Staat die weltweit scharfenfreudigsten Abrissbirnen also das hat er da brillant formuliert und nehmt von diesem Titanic-Traktat mit so viel er wollte ich habe noch da Päckchen mitgebracht gerade wo wir auch versuchen Zeugnis für den Herrn zu sein und erlitten manchmal doch doch erfreuliche Dinge aber gut jetzt habe ich euch genug aufgehalten es ist keiner glaube ich eingeschlafen und ich habe in dem Sinne Paulus übertrümpft weil bei dem fiel ja jemand gleich aus dem Fenster raus das ist mir nicht passiert allerdings hat er die Rede bis Mitternacht hingezogen also herzlichen Dank für euer geduldiges zuhören ich wünsche euch Gottes Segen und habt gemerkt es ist da schon etwas Herzblut bei mir dabei wenn es darum geht das Evangelium dass man wissen darf ich habe Vergebung der Schuld und ich bin ja an ziemlich viel rumgekommen und am Anfang wusste ich ich werde nur einmal sein und da war meine Botschaft hast du Heilsgewissheit und dass ihr das für euch selber wisst und diesen Wunsch habt den weiter zu tragen dass Menschen auch das erfahren das wünsche ich euch von ganzem Herzen Ich bin von ganzem Herzen Untertitelung des ZDF, 2020